So, wir sind heute auf Mushpink Live. Es ist ein neuer, alter Server. Ich würde mal sagen, es ist gewissermaßen ein neuer Server, ein neuer Launch. Es ist jetzt V3 online und der Admin dahinter ist zum Beispiel der Pate. Man kennt ihn schon von V2 und V1. Das heißt, dieser Server existiert ja schon mal. Falls ihr euch jetzt auch denkt, so habe ich irgendwie ein Flashback oder so. Also, ja, es ist wirklich der gleiche Server. Allerdings haben die massiv am Server gearbeitet und es gab eine kleine Kontroverse darüber, warum V2 down ging. Allerdings werden wir auf diese Gründe später eingehen. Jetzt will ich erstmal ganz kurz zeigen, was der Server ist, was er kann, die neuen Features zeigen und dann gehen wir darauf ein. Und dann werden wir eben leveln zum Beispiel und so. Macht das dann, glaube ich, auch mehr Sinn. Wir haben ein bisschen mehr Zeit zum Reden. Okay, es gibt einen Daily Reward. Wenn man hier täglich einloggt, dann verbessert sich das Ganze immer wieder, ähnlich wie auf anderen Servern. Man startet hier definitiv mal einfach mit 5 Amplies, was schon mal nett ist für den Anfang. Und die braucht man ja sowieso effektiv. Man startet natürlich auch mit einem Baby-Mush-Ping. Natürlich passend zum Servernamen. Und mit... Okay, das passt nicht zum Server. Auf alle Fälle irgendeine Waffe plus 8. Und einem Set plus 8 mit Cast, Time, Speed, HP. Cast habe ich bisher noch nie gesehen auf einem Wagi-Set. Aber warum nicht? Okay, es gibt irgendwelche Buffs noch. Das sind quasi Anarchie-Buffs oder ein Anarchie-System. Ich weiß gar nicht, ob es dafür eigentlich jetzt einen offiziellen Namen gibt. Ich weiß nicht, wie die hier heißen. Lass uns mal kurz nachschauen. Nennen wir es einfach mal Server-Buffs. Ich glaube, Server-Buffs ist so das Universalste, was man dazu sagen kann. Meistens ist es so, wenn halt ein Server damit anfängt und sich dafür einen Namen ausdenkt, dass dann irgendwie dieser Name so universal verwendet wird. Aber wir nennen es einfach mal Server-Buffs. 15% EXP, 15 All-Stats, 10 PvE-Schaden, 15 Speed. Community-Buff, ich glaube, der ist abhängig von der Anzahl der Spieler. Aktuell 349 Spieler, laut dieser Anzeige. 20% EXP, 10% Penia, 5% Drop und 10% Speed. Das ist schon mal ein ganz netter Buff. Vor allem, der sich dann eben auch lohnt, wenn die Community eben aktiv ist. Okay, hier haben wir zwei Statuen. Genau, das sind quasi die, ähm, ah ja, okay, ich kann mal einen Buff kaufen, interessant. Äh, der MVP ist eine ganz nette Sache eigentlich, wenn man sich mal drüber nachdenkt. Oder wenn man sich mal ein bisschen Gedanken drüber macht. Ähm, du spielst GW und, ähm, vielleicht ist man halt dann nicht immer in der Stadt und so. Und dann halt einfach trotzdem ein bisschen gesehen werden, so, hey, ich bin VIP. Hey, ich hab, oder, äh, ich hab, ich hab MVP. Und, ähm, willst du vielleicht auch ein bisschen deine Gilde bewerben, die du halt dann eben zeigen kannst da. Ist es eigentlich eine ganz nette Sache, wie ich finde. Okay, gehen wir mal ganz kurz durch die Features durch, durch die neuen Features erst. So, dann sind meine neuen Features. Äh, ich glaub nicht, alles ist neu, aber ich weiß auch so ganz grob, was die alten Features waren. Und ich werd eben dazu sagen, wenn's dann eben alte, neue Features sind, zumindest nach bestem Wissen und, ähm, ja. Okay, wir haben auf alle Fälle einen Battle Pass. Ähm, den werden wir uns gleich mal in Game anschauen. Da gibt's eben verschiedene Items. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Battle Pass schon hier final ist und die Items. Ähm, wir sehen hier diverse Sachen. Zum Beispiel, kann man das Gift anhalten? Kann man nicht anhalten? Perfekt. Ähm, Red Chips, die man sich sonst vermutlich im GW erfarmen kann. Ähm, wir sehen viele Scrolls zum Upgraden, Amplis und Lakotten, Power-Ups, VIPs. Also effektiv einfach Dinge, die man sonst, äh, sich in Game auch als spielen kann. Und so auf den ersten Blick sieht das so aus, als wären keine oder wenige exklusive Items drin. Das heißt, man kann dann eben damit auch ein bisschen, ähm, sich ein bisschen was zusätzlicher farmen und verdienen. Aber man hat jetzt eben nicht so einen richtig krassen Bonus, den quasi, die eben die nicht so neilter so zum Beispiel nicht haben. Shop Search, muss mir nicht viel dazu sagen, ist ein sehr wichtiger, ist ein cooles Feature. Ähm, man kann scheinbar, genau, auch den Leuten direkt schreiben, teleportieren und so weiter. Ist nice to have, wenn wir ausprobieren. Item-Wiki, selbst erklärend, Pad-Filter, selbst erklärend. Ähm, Juwelen, die man hier verändern kann. Man kann quasi die, ähm, entfernen und einsetzen, scheinbar. Ja, ich glaube, es sind einfach nur, äh, diese zwei UIs, die man sich sonst halt immer, ähm, separat, äh, aufmachen musste, haben wir quasi in einem UI. Das ist ganz nett eigentlich. Element-Change ist auch selbst erklärend. Äh, äh, Equipment-Presets ist auch nice to have. Also, ich will nicht sagen, dass das hier unwichtige Features sind oder so, aber es ist halt selbsterklärend, deswegen brauche ich nicht dazu viel mehr sagen. Sind wichtig, dass man die hat. Und, ähm, ja. Equipment-Presets für die ganzen GW-Spiele ist ja wichtig. Ein Achievement-System, ähm, ist eine coole Sache. Das gab's allerdings damals schon und, ähm, fand ich damals schon ziemlich geil, weil das UI sehr, sehr clean ist und, ähm, finde ich schön. Awake-System ist ganz cool. Mittlerweile ist eigentlich auch ein Must-Have. Ähm, mit Awake-Scrolls und Co. will heute eigentlich keine Möglichkeiten hantieren, deswegen muss man haben eigentlich. Ähm, Teleport, ja. Chest ist auch super. Mittlerweile gibt's einfach so viele Items, die man braucht. Oder hat, zumindest. Crafting-System, glaube ich, gab's auch schon damals, soweit ich mich richtig erinnere. Ähm, ich hab gehört, dass das überarbeitet wurde und ein bisschen intuitiver zu benutzen sein soll. Ähm, werden wir uns irgendwann mal anschauen und bin ich mal gespannt. Record-Book, auch definitiv wichtig und nice. Ähm, F-Tool, sehr wichtig. Ähm, keiner will heute mehr irgendwelche Trip-Programme downloaden für sowas wie, mach mal Auto-Heal. Ähm, deswegen ist's schon mal ziemlich gut und ziemlich wichtig. So ein Autostats-System, ähm, das ist, da bin ich sehr happy, dass es sowas gibt. Ähm, also wer noch so die Anfänger davon kennt, ich hab mir das damals mal auf CW gewünscht. CW hat's eingebaut. Und danach hat fast jeder andere Server mitgezogen und dieses System eingebaut. Das heißt, ähm, insofern bin ich natürlich doppelt und dreifach happy, dass dieses System einfach anklang in der kompletten P-Server-Szene gefunden hat. Und, ähm, es ist einfach die logische Schlussfolgerung. Man muss auch denken, man hat in Flive so viel, was man automatisieren kann, zum Beispiel über F-Tool und whatever. Und selbst skillen geht automatisch und so. Auf den meisten Server zumindest. Ähm, deswegen ist das eigentlich die einzige Schlussfolgerung. Hier muss ich auch wieder sagen, übrigens, visuell Richtigkeit macht. Man hat hier oben zum Beispiel seinen Charakter, so ein Icon drin. Ähm, Level, Name und so weiter. Und, äh, also es ist wirklich sehr, sehr schön visuell umgesetzt. Und hier zum Beispiel auch mal den Stats, die, ähm, verschiedene Icons haben, je nach, ähm, Statuswert und so. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön umgesetzt. Also, muss ich echt nochmal Props auch geben. Ich hab's letzten schon gemacht, wo ich, äh, gesagt hab, die, äh, UIs sind richtig clean und so. So stellt man sich das Ganze halt wirklich auch mal vor, also im Jahr 2024. Also, wirklich schön geworden. Gefällt mir. So, den geht ein bisschen weiter. Ein Talent Tree. Ähm, ich bin persönlich jetzt zum Beispiel ein Fan vom Sphere Crit. Ähm, hier ist natürlich jetzt, ähm, wobei ich glaube, man baut von oben nach unten aus auf. Man kann es nicht einfach nach Val, äh, skillen. Finde ich nett auf alle Fälle. Ich finde es immer ganz cool, wenn man irgendwie sich noch so ein bisschen im Endgame oder Lategame zumindest einfach, ähm, ein paar Punkte verdienen kann. Ähm, einfach den Charakter noch ein bisschen mehr, äh, spezialisieren kann in die gewünschte Richtung. Und das ist eigentlich eine ganz andere Sache, wie ich finde. Free for All und Team Deathmatch, denke ich mal, ist das. Ähm, ja, interessant für die GW oder für die PvP-Spiele, besser gesagt. Monsteralbum aus den, ähm, sonst meist eher französischeren Servern wurde übernommen. Fand ich eigentlich schon immer eine coole Sache. Ähm, ich weiß nicht, warum man das, ähm, bei den deutschen Servern oder bei den nicht-französischen Servern nie wirklich Anklang gefunden hat. Ähm, ist auch wieder so ein bisschen wie der, äh, Talentbaum da oben. Einfach ein System, wo man ein bisschen farmen kann, wenn man gerade nichts zu tun hat, wenn man gerade nicht weiß, ah, was macht man gerade, wo habe ich Lust drauf. Ähm, ich will da noch ein paar Stats vielleicht verdienen und so. Ähm, ist halt einfach eine nette Sache, wie ich finde. So, genau, da sind wir auch am Ende angelangt. Und damit sind wir auch wieder in-game. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns, übrigens, das Ganze ist ja super, das ist klein irgendwie. Ähm, das sind die ganzen Standardsachen. Communication, Helper, DPS-Display, Farm-Display. Ah ja, genau, haben wir schon mal gesehen, glaube ich, ganz nett. Ähm, Item-Wiki, Teleporter, Party-Finder. Genau, das, glaube ich, hatten wir auch damals schon. Fand ich auch recht nett, eigentlich. Ähm, es wirkt irgendwie bunter und ein bisschen freundlicher. Also, ich muss sagen, es ist ein bisschen klein, aber, ähm, ja, insgesamt, insgesamt, ich weiß nicht, ich überlege gerade, was anderes ist. Es ist, wir haben die Klasse davor, wir haben, ich glaube, diese zwei Icons machen es bunter. Der Rest ist, glaube ich, relativ ähnlich. Genau, deswegen, glaube ich, wirkt es ein bisschen bunter. Aber, macht halt irgendwie ein bisschen was her, wie ich finde. Ähm, Teleporter ist der hier irgendwie anders. Nee, eigentlich nicht wirklich. Hier gibt es Hunter-Chips und so weiter. Ähm, was mir hier auf alle Fälle noch auffällt, ist, dass die ganzen Bilder hier nicht einfache Screenshots sind. Also, natürlich sind Screenshots, aber, ähm, die wurden auch nochmal ein bisschen nachbearbeitet und so. Wo zum Beispiel die Sättigung erhöht oder, äh, Scammer und so. Äh, äh, nee, nicht Gammer, ähm, Kontrast. Und merkt man halt zumindest, dass ein bisschen mehr Arbeit reingeflossen ist, was ich ganz cool finde. Guild Finder. Das ist nice to have. Äh, F-Tool Battle Pass. So, genau, das wollte man sich mal anschauen. Ähm, ähm, kurz schnell buffen lassen. Wo sind unsere Buffs? Wo sind unsere Buffs? Was ist das denn noch? Live Shop? Ah, ja, okay. Äh, Effekte sind relativ standardmäßig. Okay. Äh, schauen wir uns auch gleich an. Das, genau, ich würde sagen, schaut euch das Ganze einfach an. Scrollt einfach doch alles durch und, ähm, falls interessiert seid, ähm, ja. So, dann haben wir noch die Achievements. Die kennen wir schon, ähm, wie gesagt, vom UI her und von der, ähm, von der Aufmachung her ist das wirklich, also sehr, 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 sehr clean. Gefällt mir persönlich wirklich mit Abstand am besten von allen Achievementsystemen, die ich bisher so gesehen habe. Ähm, nicht weil die anderen hässlich sind. Es gibt auch einige, die ich persönlich ganz cool fand, wie zum Beispiel von CW oder so. Aber es ist einfach ein bisschen, ähm, Man hat, äh, es ist mehr Progression, ähm, zentrierter. Was ich mal sagen will ist, man hat mehr, ähm, Gedanken sich drüber gemacht, wie man diese Progression, zum Beispiel hier haben wir diese, äh, Prozentanzahl, da haben wir eben die Prozentanzahl, äh, die Proxelsanzahl, 0 von 200 und so und so viel Prozent. Dass es einfach mehr wirkt wie ein, wie etwas, was man levelt. Und wenn ihr versteht, was ich meine, es ist mehr darauf ausgelegt, den Anschein zumindest zu erwecken oder halt einfach visuell darzustellen, so, hey, du levelst hier was, du kannst hier was, ähm, du kannst hier, ja, einfach quasi dein Ding hier machen. Du kannst vorankommen und du siehst das quasi halt hier zum Beispiel auch ein bisschen schöner visualisiert. Und, ähm, du siehst ja zum Beispiel, du hast von Darkon 1 und 2 97 Prozent abgeschlossen, es fehlt noch das und das, dann bist du fertig einfach. Und halt nicht so, okay, du hast jetzt irgendwie da 134 Achievements und dann scrollst es alle durch und musst eben erstmal schauen, so, ah, was brauche ich denn noch, was brauche ich denn noch? Ja, noch 20 oder 30 oder 50 Achievements zu scrollen, ah, hier ist noch eins und so und, ähm, ich glaube, es motiviert ein bisschen mehr, dass man einfach alles abschließt. Genau, ähm, Auto-Awakes, okay, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich habe das, glaube ich, letztes Jahr schon mal, äh, erwähnt, muss man einfach mal schauen. Kostet natürlich trotzdem Geld und so, das ist auf jeden Fall ein Rekordbook, genau, ja, nette Sache. Ähm, Talent Tree, genau, und dann machen wir auch noch direkt dazu passend das Monster-Album auf. So, Modified Package, weiß nicht, was das ist. Gut, hier gibt es zum Beispiel, genau, hier kann man quasi einfach dann die Dinger skillen, die ganzen Stats. 1% STR, okay, die Statuswerte werden prozentual erhöht, das ist krass. Das kann increase your Shockwave Chance bei 25% pro Level. Ich weiß nicht, was Shockwave ist, keine Ahnung. Okay, das war einfach nett. Hier gibt es dann noch diese Card Pieces, 33% auf den Card Pieces. Oh, das sinkt noch mal weiter, okay. Lass uns mal schnell irgendwie einen Mob killen. Ich bin ja mal gespannt, was das hier, wie es funktioniert. Okay, da kommt direkt mal ein Moonstone mehr rum, nette. Monsterbox. Ah ja, okay, Level 3 haben wir übrigens erreicht. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie viel das wir beim ersten Mob bekommen haben. Meta Light gibt es auch direkt. Kam da, genau, ne, iBot Card Piece, okay. Genau, habe ich reaktiviert, dann sind die da drin. Okay. Braucht man quasi 100 Stück, wenn man die erreicht hat, dann gibt es einen Statuswert, oder? Einen Statuswert, den man hier, glaube ich, noch nicht sehen kann. Hier ist sehr viel zum Lesen auf alle Fälle. Dann gibt es ja auch, ah, hier unten, okay, ah ja, okay. Es gibt quasi, ähm, die bauen aufeinander auf. Das heißt, schließt man 20 ab. Dann gibt es zum Beispiel Speed und XP. PvE Damage 5%, Monster, Boss Monster Damage Decrease plus 5%. Net für Tanks. P-Rate und Top-Rate. Und hier HP und PvP Damage Decrease. Okay, und sogar noch ein Black Dragon Set. Dafür braucht man 20, 20 Mobs. Also 20 mal volle Karten. Okay. Kann man auch schließen. Ähm, Live Shop. Hier gibt es 5 Seiten. Das ist noch überschaubar. Ne, es gibt 6 Seiten. Es gibt 6 Seiten. 0 von 5 bis 5 von 5. Ähm, genau. Wir haben hier schon erstmal durchgeschaut. Alles relativ okay. Alles relativ, ähm, human, wie ich finde. Ich weiß nicht. Ich glaube, 1000 Punkte müssten 10 Euro sein. Das heißt... Ah ne, Reset Scroll. Battle Pass Reset Scroll. Ähm... Ja, könnt ihr einfach mal selbst reinschauen. Müsste euch einfach durchschauen, ob euch das Ganze passt oder nicht. Aber... Zu größtenteils sind hier, glaube ich, auch keine größeren Überraschungen drin. Das heißt, ähm... Man hat eben sein CS-Set. Man hat seinen Umhang und so, den man hier kaufen kann. Alles nichts weltbewegendes bisher. Ja, und... Wie gesagt... Falls ihr euch dafür mehr interessiert, schaut euch einfach das Ganze an. Ähm... Loggt euch ein. Vergleicht das Ganze. Genau, hier sind nur noch Pads. Hier sind Amplis noch mit drin. Ein paar Möbel. Und... Ich suche halt noch den Battle Pass. Battle Pass Ticket. Hier, Season 1. Genau, 1000 von diesen Coins. Ähm... Ach ja. Ah, ja. Stimmt, man kann ja auch einige Sachen für Vote-Punkte kaufen. War damals auch schon so. Furniture Set. Finde ich zum Beispiel cool, wenn man es über Vote-Punkte bekommt. Copper Battery. Genau, die klassischen Sachen ebenso. Voters Buff. Nette Idee übrigens, das für Vote-Punkte zu verkaufen. Not bad. Und... Ja, genau. So, dann werden wir noch ein paar allgemeine Infos loswerden. Ähm... Der Server ist 2022 gestartet zum ersten Mal. Ähm... Das Developer Team, beziehungsweise generell das Team dahinter ist ein recht junges noch. Die, ähm... Die, ähm... Sind noch nicht so lange dabei. Ähm... Ähm... Die aktuelle Season, beziehungsweise die aktuelle... Der aktuelle Server existiert seit 22.06. Also seit 8 Tagen. Von dem heutigen Zeitpunkt auf... Aus, wo ich es aufnehme. Ähm... Ich schockere nicht mehr noch die ganzen Power-Ups und so durch. Ist auch ganz nett hier, was es alles gibt. Frost Island Ticket. Okay. Interessant. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht Farm-Map? Maybe. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Interessant. Ähm... Genau. Wegen der Kontroverse kommt man gleich drauf zu sprechen. Ich schaue jetzt noch ganz kurz hier alles durch. Ähm... Einfach mal schnell schauen, was es alles gibt. X-Protect Awakening. Okay. Teilweise teuer, teilweise ganz okay. X-Protect wird auf alle Fälle... Ein bisschen... Ein bisschen teurer werden. Beziehungsweise das Up mit dem X-Protect. Also für Ulti-Waffen wird auf alle Fälle... Ja... Schon ein bisschen... Bisschen teurer. Das kann man auf alle Fälle sagen. Aber wenn es natürlich dann Farm-Apps los gibt, kann es sein, dass sich das dann auch wieder relativiert. Und vielleicht soll man einfach auch nicht alles instant bekommen. Und nicht jeder soll direkt mit einer Ulti-Plus-10-Waffe rumlaufen oder so. Und... Genau. Also hier auch wieder alles sehr, sehr clean gehalten. Muss ich sagen, gefällt mir halt schon. Und... Ja, also ich hoffe wirklich, dass wir hier irgendwie... Dass wir hier wirklich noch dran weiterarbeiten können. Weil... Die Menge... Also man sieht auf alle Fälle schon, dass die Liebe reinstecken. Habe ich auch letztes Mal schon gesagt. Ähm... Die Art und Weise... Es ist nicht der einzige Server. Aber die Art und Weise, wie die hier wirklich, ähm... Die Design-Swellen, generell die UIs, ähm... Gestalten. Und... Allgemein sich einfach ein bisschen Gedanken drüber machen. Ähm... Wie man Sachen ansprechender gestalten könnte. Wie man FLYV einfach mal so vom Jahr 2004 so ins Jahr 2024 bringen könnte. By the way, 20 Jahre ist Jubiläum mittlerweile. Ähm... Das finde ich schon ganz cool irgendwie. Hier gibt es auch diesen Catcher. Okay, wusste ich gar nicht. Also das ist auf alle Fälle schon... Für mich persönlich ein Pluspunkt. Denn... Man sieht leider auch immer wieder Server. Und leider auch serverlich sehr gern später zum Teil. Dass die sich nicht so arg viel Arbeit teilweise machen. Und zumindest visuell halt schon... Die lassen es halt ein bisschen schleifen. Sagen wir mal so. Die sind halt mehr fokussiert auf... Features. Um es nicht auszudrücken. So, mal ganz kurz hier überlegen. Alles im Anmachen, was wir brauchen. Green Armor. Ja. Ultimate Weapons. Okay. Okay. Save. Alles klar. Okay. So, Thema Kontroverse. Also. Der Grund, warum das geschlossen wurde, war, weil die an der Entwicklung weitergearbeitet haben. Ähm... Damit haben die eben von V2 auf V3 gewechselt. Ich weiß nicht, ob es dann einfach irgendwelche Inkompatibilitäten gab oder so, dass es dann nicht anders funktionierte. Das kann ich nicht beantworten. Ähm... Es war eben geplant, dass die halt eben von vornherein verschiedene Versionen online bringen. Und... Beziehungsweise einfach am Server arbeiten. Und dass es dann quasi irgendwie eine kleine Downtime gibt. Äh... In der die dann quasi ein bisschen weiterentwickeln. Die ganzen neuen Features testen. Und online bringen. Und... Genau. So. Ganz kurz die Kippen. Ja. Ähm... Einige Sachen wurden dann irgendwie auch nicht so gut angenommen von Spielern. Das heißt, sie haben dann auch sich überlegt, was... Was denn damit machen. Ob die das Ganze entfernen oder halt eben weiterhin drin lassen. Bei vielen Dingen haben die sich dann zum Beispiel entschieden, dass die die Sachen wieder entfernen. Und... Ähm... Und andere Sachen ersetzen. Und ich denke einfach mal, dass die halt relativ... Viel damit beschäftigt waren. Warte mal. Es gibt gar kein... Gar kein Comparing hier. Das man hier... Ah... Finde ich ganz... Finde ich ganz cool. Wenn es das gäbe. Naja. Ähm... Haben sich quasi überlegt, was sie sich dann... Äh... Was sie daraus machen mit dem Feedback. Ob die dann eben diese Features entfernen, durch andere Sätzen oder wie auch immer. Also... So zumindest ist die offizielle Version. Und... Damit die dann eben das Balancing... Ähm... Auch besser gestalten können. Und das Ganze halt irgendwie fairer bleibt. Haben die sich dann dazu entschieden dann, dass die halt sagen, okay... Das war V2. Jetzt kommt V3. Und... Damit halt eben ein gutes Stück besser. Ähm... So... Was haben wir noch ganz kurz zu erwähnen? Genau. Da gibt es noch eine andere Kleinigkeit. Und zwar ist das das Thema... Ähm... Weil die XP gesenkt wurden. Ähm... In der Beta gab es eben 20-fache XP. Das haben wir definitiv nicht mehr. Oder? Wobei... 20-fache XP? Okay... Maybe. Ich kann es gerade nicht genau sagen. Auf Laufel 13 bin ich gerade nicht so im Bilder. Ich würde mal sagen, es sind weniger als 20-fache XP. Ähm... Die Website sagt... Irgendwie auch kein Leech. Also das heißt, auch das ist immer ein Punkt, den wir bedenken müssen. Ähm... Auf der Website steht es gerade nicht. Ähm... Okay. Ich konnte es tatsächlich jetzt auch gerade nicht auf dem Gtop 100-Eintrag finden. Also wenn ich jetzt mal so, ähm... Gefühlsmäßig handeln müsste, würde ich jetzt mal sagen, so 10-fach, 15-fache vielleicht. Also keine Ahnung. Roundabout ungefähr. Ähm... Also zumindest XP-Rights, Penia-Rights, keine Ahnung. Ja, auch so 10-fache oder so. Ähm... In etwa muss man bedenken, ich wäre jetzt kein Leecher. Das heißt, ähm... Wir würden jetzt mit Leecher natürlich doppelt so schnell leveln. Deswegen, ja, ich denke mal so 10-fache XP-Rights ungefähr, könnte man sagen. Ähm... Wir gehen einfach mal auf Akrobat. Ganz egal. Und... Ja. So. Wir gehen auch mal direkt auf... Poor Dex. Dex-only. Genau. Wir sehen ja aktuell, wir sind bei 5 Löffel drüber und wir kriegen pro Map ungefähr 30%. Ähm... Das dürfte... Dürfte es vielleicht sogar weniger sein als 10-fache Rates? Vielleicht sogar 5-fache Rates? Nee, ich bleib bei 10-fach. Ich denke 10-fach ist... Ähm... Komm ganz gut hin. Genau. Ja, die Rates auf jeden Fall wurden verringert. Das war jetzt gerade eigentlich der Punkt, wo ich gerade erwähnen wollte, ähm... Und zwar die 20-fache Rates waren nur für die Beta, ähm... Aber einige haben das dann so aufgefasst, dass es halt eben irgendwie voller Scam wäre oder so. Dass die halt die Rates nicht verändert haben und... Äh... Achso, wir haben gerade resetet, genau. War das... War das deswegen? Ich glaube ja, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Gut, auf jeden Fall, ähm... Das war das. Ähm... Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare oder fragt einfach der Pate persönlich. Äh... Ich bin mir sicher, dass der da relativ offen ist und die ganzen Fragen beantwortet, falls es noch welche gibt. Und... Genau, Rates haben wir geklärt. Ähm... Die Monsterboxen können wir vielleicht nochmal thematisieren. Suns, Moons. Äh... Statscrolls. Blessing of Parts wieder. Power-Ups, 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 genau. Im Prinzip ist es eigentlich mehr so eine Power-Up, äh... Zweifache Battle Pass Points Event. Und das andere habe ich gerade nicht mehr gelesen. Und zweifache Talentpunkte. Okay. Haben wir davon schon welche gefarmt? Ah, Talent Tree. Noch haben wir keine gefarmt. Ich schätze aber auch, dass wir nicht mit, äh... Leveln, ähm... Ähm... Schaffen können. Ich vermute mal, dass wir dafür irgendwelche Bosse so killen muss. Und, ähm... Ja, wäre zumindest irgendwie ein bisschen naheliegender. Also vielleicht ist es auch nicht so, keine Ahnung. Ähm, ich vermute dann einfach mal nur, dass es so ist. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig genau sagen. Genau. Was haben wir sonst noch alles? Haben wir noch irgendwas, äh, was wir übersehen haben? Die Chest ist von Anfang an freigeschalten, was ich mal cool finde. Ähm, manchmal muss ich mich auch dann donaten oder so. Oder eher questen, zum Beispiel. Ähm, das ist ja nicht so. 16,5% Chance auf eine Monsterbank-Card. Genau. Ja, ich muss allerdings dazu sagen, ich glaube sogar, ich würde von der Einschätzung her runtergehen und sagen, es sind fünffache Rates. Ich habe halt leider beim Albat nicht aufgepasst, deswegen weiß ich es jetzt nicht. Aber so gefühlsmäßig, ja, viel mehr als fünffache Rates kann es, also dürfte es eigentlich sein. Wie gesagt, sicher weiß ich es nicht. Aber ich würde sagen, fünf fünffache Rates etwa. Wir haben ja auch nochmal, wobei haben wir nochmal 20% der XP? Wir haben auch nochmal 15%, 35% mehr XP? Ja, nee, mehr als fünffach sind es glaube ich nicht. Ich habe irgendwann mal was gelesen von zweifach... Oh, was ist hier los? Was ist denn hier los? Hier ist PvP oder was? Okay, cool. Das ist ja cool. Warum... Wow, so viele Spiele in der PvP-Arena, das habe ich schon seit 2010 nicht mehr gesehen oder so. Ich glaube, da stand sich natürlich auf die Mauer oder so. Holy shit, hier ist ja richtig was los. Okay. Also es scheint so, als würde das Ganze von PvP... Oder als würden PvP-Spieler uns aber generell relativ gut annehmen. Es gibt ja schon relativ viel... Beziehungsweise schon relativ PvP-betont, um das mal so auszudrücken. Und... So wie es scheint zumindest... Ja, krass. Ich sehe übrigens gerade auch, es gibt die Mobs aus V-22 oder V-21? Ich glaube V-22 war es. Aus Resist Trail. Oder Trial? Trial? Eigentlich Trial. Trial, Trial. Ähm... Und es geht schon immer nur bis 121 Hero. Okay. Calgas? Nee. Stopp, 140 ist es. Never mind. Man kann ja P-21 anziehen. Okay. Genau, das hat 130 ganz normal. Was haben wir hier für Effekte? Wow, ein Zweihandschwert für Knight mit 84% Crit-Schaden, 36% Crit. Okay. Bogen, 60% Crit-Schaden, 14% Attack, 24% Crit-Rate. Ja, das ist schon ganz nett. Ich sehe gerade auch, man kann nur von bestimmten Mobs die Karten sammeln, nicht von allen. Deswegen haben wir jetzt auch keine Getraub zwischendrin. Okay, gut zu wissen. Wir hätten uns vielleicht auch einen Bogen kaufen sollen. Wobei, glaube ich, gerade wir nicht genug Geld dafür hätten. Aber gerade nicht ganz sicher. Nee, doch, es sollte eigentlich reichen, glaube ich. Das machen wir am besten noch kurz. So, das ist Bogen. Ich habe ihn mal schnell geholt. Schadensmäßig ist es jetzt auch nicht so überragend bisher. Aber ich denke mal, es liegt einfach am Level. Und daran, dass es aktuell 5 Level unter uns ist. Also, dass wir 5 Level drunter sind. Vermutlich wird es irgendwie ein bisschen besser laufen, wenn wir jetzt noch volle Skills hätten und so weiter. Und halt einfach kein Level 15 der Bogen. Es ist nun schon den besseren und so. Aber, ähm, genau. Wir sind halt erst Level 19. Das heißt, ähm, ich würde mal sagen, es dauert einfach noch ein bisschen, bis wir hier wirklich eskalieren können. Mal schauen, was wir da an Schaden machen. 2,63. Okay, also ich würde mal sagen, es ist auf alle Fälle schon sehr, sehr Low Rate. Also nicht nur von den Penia und von den XP und von Drops und so. Wobei, Drops sind in Ordnung. Drops sind echt in Ordnung. Wow. Ich nehme alles zurück. Ich nehme komplett alles zurück. Wir haben einfach gerade... Wir haben einfach gerade einen Lightning Card... Wow. Wir haben gerade einen Lightning Card 4% getroppt. In der Sekunde, wo ich sage, so Drops sind halt irgendwie relativ low und so. Okay, alles klar. Auf jeden Fall, ähm, es ist relativ Low Rate. Drops sind okay, Drops sind gut. Und, ähm, XP sind niedrig. Also Low Rate ist es auf alle Fälle hundertprozentig. Also viel mehr als 5er Rates dürften es ja nicht sein. Vielleicht sogar noch weniger als 5er Rates. Je mehr ich gerade level und je mehr Mobs, dass ich gerade kille, desto eher würde ich das Ganze nach unten korrigieren. Äh, Penia Drops sind auch sehr gering. Würde ich mal sagen, so 2x, 3x, 4x, keine Ahnung, so etwa. Also wir haben auf alle Fälle einen Server, der ein bisschen entschleunigter ist. Und, ja. Das heißt, ist auf alle Fälle schon mal was nur für Low Rate Spieler. Wer Mid Rate oder High Rate mag, der ist hier, glaube ich, falsch aufgehoben. Aber, natürlich, es gibt natürlich immer verschiedene, ähm, Knockback 10% Leute, Skill Chance. Kann ich wohl auch noch Skill Chance haben? No. Ähm, es gibt natürlich immer, äh, eine Zielgruppe für alles. Und die Zielgruppe für Low Rate Server ist schon auch definitiv da. Die ist nicht so groß wie für Mid Rate, aber die sind hier natürlich schon auch definitiv da. Und insofern... Ach, lol. Wenn man Steuerung drückt... Das ist aber kein Fly Feature, was es schon immer gab, oder? Wenn ja, wäre es nämlich bitter. Ne, ich glaube nicht. Ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Oh Gott. Na gut, okay. Ich beende erst mal die Folge. Danke fürs Zuschauen. Und lasst ein paar Kommentare da. Für den Algorithmus und so. Und bis zum nächsten Mal.